Ich hoffe, dass es dem Publikum gefällt, was wir gemacht haben, da wir jetzt auch noch die Songs machen dürften. Wir hatten hier wirklich sehr großen Spaßes zu machen. Wir haben sehr viel gelacht und tatsächlich auch geweint an gewissen Stellen. Das gibt niemanden, der mich ansieht. Ich glaube, das wird ein ganz rundes Ergebnis und ich freue mich darauf, wie die Reaktionen sind. Ich muss mir die Aufnahme unbedingt nochmal ansehen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Serie. Oshinoko, mein Star mit der deutschen Synchronfassung. Ich hoffe, ihr guckt es euch an und ich freue mich. Passt immer auf euch auf.